ah ja so einer noch ok ja gut hier passiert nichts mehr weil das schon voll ist aber hier hinten kann noch was passieren so und jetzt muss ich natürlich und das ist das was jetzt irgendwie ein bisschen schmerzt das hier um bauen so und zwar hier kommen auch immer nur vier rein so also einen fusionator ist das also nicht einen fusionator ist das sondern ein fusionator ist das ja gott so und den quatsch 2 2 2 2 2 2 gut jetzt brauche ich noch einen fusionator 2 2 2 2 2 2 3 2 3 4 5 so noch einen fusionator so jetzt fehlt noch einer ok so und an denen da hinten orientiere ich mich jetzt geht nicht geht nicht ok so ich würde sagen ja aber es wäre sinnvoller den hier hin zu bringen so 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 2 so 2 2 3 3 4 4 5 5 5 6 5 6 6 6 6 7 5 7 7 10 10 10 11 11 11 12 12 11 12 Oh Mann ey. So, zwei und zwei. So, und jetzt habe ich natürlich genau das, was ich nicht, was ich nicht wollte. Ähm. Okay, pass auf. Ich improvisiere jetzt gerade. Nein, falsch. Eins. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun und zehn. Warum mache ich das? Ja, der Scheiß, der da reinwandert, der muss ja auch irgendwo ankommen. So, also ich fange jetzt von oben an, mir die zu greifen. Warte mal, hä? Falscher Container. Wo bin ich jetzt? Ach nee, genau, die Container sind in der Mitte, richtig. Ich weiß nicht. Vielleicht ist das ein Leben. Ich weiß nicht. Es ist nicht wirklich nüplyscht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich habe aber schon das Gefühl auf dem richtigen Weg zu sein. Das wird schon.